Das Luftwaffenchor 2 aus Deutschland. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oberstleutnant Christoph Scheibling ist der Chef des Luftwaffenmusikkorps, das Deutschland bei vielen wichtigen nationalen und internationalen Auftritten repräsentiert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und mit dieser schönen Referenz an die Gastgeber, die Schweiz, verabschiedet sich das Luftwaffenmusikkorps 2 aus Deutschland, das uns mit seiner herausragenden musikalischen Leistung und der humorvollen Inszenierung wahrscheinlich sehr gut in Erinnerung bleiben wird. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020